Wunderschönen guten Morgen. Ich guck gerade, ob mein Handy runtergefallen ist, weil meine Kamera, ich habe die angemacht, die ging aus, dann ging sie wieder an. Im Moment läuft sie noch. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Montagmorgen. Ich habe wieder den 9.38 geladen. Fahre ich jetzt runter nach Ingelheim. So, Achsen 8, das passt. Runter nach Ingelheim, das fahren wir runternehmen. Da werde ich wieder nett filmen drin im Anschluss. Keine Ahnung, was da los ist. Aber den fahre ich jetzt erstmal runter und dann ziehe ich mir weiter. Alter, was ist denn heute los? Was ist denn heute los? Ich glaube, ich muss echt mal spielen hier. Hier ist der Parkplatz. Da fahre ich jetzt mal auf. Ich hoffe, dass ich hier später wieder rauskomme, wenn ich hier auf der dritten Spur stehe. Sollte passen. So, wie gesagt. Sollte passen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das geht Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, ich bin hier gerade, wollte hier gerade reinfahren, aber da ist heute zu, ach ja, jetzt muss ich wieder gucken, ob ich hier vorne auf Wendeplatz gedreht kriege, aber ich glaube es ja hier nicht, ist zwar ein Wendeplatz, ein Wendehämmelchen, aber ich glaube hier nicht, dass ich hier gedreht bekomme, das hier ist toll zu, weil irgendeine Übung ist. So, wenn der gleich, die nur halt, da steht gleich vorne links steht, vorne links, vorne links, steht, wie gesagt, 716, es steht, Walzer stehen da zwei Stück, da mache ich das heute, bis ich da dreimal in Enkebach war, ist der Tag auch ziemlich voll. So, ich fahre mal hier rein, hier, ne? Darf ich drauf fahren, ja? So, das geht doch mal so aus. So, ich fahre mal kurz rein, woher komme ich nicht. Bisschen Hebbreiter. Vier Maschinen. Wacke, Haube und zwei Walzen. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020